hier leute ich bin wieder markus von der vor ich bin heute wieder bei der führer fehlerhafte übertragung vernichtung genau wer noch nicht kennt es gibt hier drei ziele abc auch bei uns bei den gegnern nach ich war gerade in die weg für jungen dafür es gibt eine bombe die ist und hier irgendwo in der map scheinlich meistens in der mitte als bereich fast immer hier in dieser gegend wir müssen die bombe einsammeln und müssen zu den punkten geben dass es egal welchen punkt müssen wir die wachs das mit jeder platzieren und die dann explodieren lassen und zwar wieder zu früh was ich gemacht genau wer die als herr des erstes die drei punkte zerstört hat hat gewonnen oder der die meisten ziele innerhalb der 20 minuten zerstört hat hat gewonnen es kann eine schnelle runde werden es kann eine kurze runde wer schnelle lange runde werden jeder mindestens 20 minuten die 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 Ja bumm Ja wird gelegt Wie gesagt Was für ihn nicht zumindest Ja und die hatten großen radius und das habe ich wieder vergessen Geil Ja morgen ist äh Silvester wenn ich mich äh Weiter erinnere Jep Floris Silvester Ähm Finde ich schön Bin nicht cool Bin wieder abgerockt hier Gezoffen Gefeiert Und jo Mal schauen hier So jetzt schauen wir mal wo die Bombe äh Planted Die so ist ne Nei Bombe Nei Bombe Die ist unten Sieht noch nach einer schnellen Runde aus Einmal weniger Ich könnte schon gerne weiter fahren Ich hab die Typ äh Oh das weiß ich gar nicht mehr wie er heißt Ja Naja Typ 95 B1 Oh Schnell weg Ja schnell weg Mike Ich bin sicher Ich bin klar Einer Das ist's Ich bin klar Ich bin sicher Ich bin sicher Ich bin sicher Ich bin sicher Schnellig Diese Bombe haben wir da nicht BAM BAM ja das sieht nach einer schnellen runde aus da hängen wir noch eine runde dran später dann läuft es schon ich sag immer in der mitte es gibt zu sagen es gibt nichts neues weihnachtsbisch ist raus gekommen oh leck, oh leck, nicht schlecht sehr gut so wir haben wieder die bombe, das sieht sehr gut aus ja dann kommen wir da hoch und statten wir meinen besuch ab we have off the bomb enemy missile, inbound enemy missile visionate your shot nein scheiße nein nein fuck nein ich hab 3 kills oder 2 mindestens 2 scheiße scheiße da haben wir Pech und die explodiert auch aber die war ziemlich schnell, die hat ziemlich schnell explodiert, komischerweise naja, 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 wie viel lang wir das jetzt 5 minuten ist äh, lel, oh ja das ist eine lange runde sehr lange runde würde ich mal sagen, hm, lange runde äh, 4-1 ist ganz ok ping, äh, ist wieder bombe heute also also es ist auch so viele schlechten ping also ich weiß nicht, jeden selber wo ich bin, schlechten ping hier ähm hab ein paar runden vorher gezockt aber es geht dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder zur nächsten runde von vernichtung bis gleich da bin ich wieder am start und ähm zur nächsten runde von vernichtung diesmal auf Stimme auf Paracel und wir spielen immer mal im selben Kit jetzt schon mal irgendwas freigeschaltet haben die runde geht auch nicht los ja, haben wir natürlich mhm Tiererkennung hab ich dabei das ist eine ganz coole Sache Prozession Stabilität Stabilität geht mit Feuer macht's sogar besser mit Feuer macht's gut ähm oh hm 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 nee ganz blöd weg 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 ganz gut aus muss ich los okay wo ist ein Spaß mit der Swar was schon hohen sollen was für ein Spaß kann ich mal mit normalen Waffen hier kämpfen WTF oh mein Gott wie ich noch gerade gesehen habe oh mein Gott das war Lack vom Feinsten das war 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 Let's go! Hostiles at the bomb Lord! Netcode! Yes! Oh man, der Netcode, der Netcode! This one failed. Hm. kann nix lassen töte ihn doch meine frage was könnt ihr eigentlich was kannst du und alle blick kann man nicht sein hallo du dennoch blöd ist denn der hallo andres schon schon bläder schon meine fresse manche da ist ein abschießt nee tipp doch tipp 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 ok bomb ist gelegt find ich gut find ich gut find ich gut find ich gut was Fuck Get out of vehicle now Light us Me too Ist doch ein Dach oder wo ist denn der? Alter, warum bleib ich denn immer da hänge? LOL Necke, yo, geil Camillo und Wichser Da, 4-3, husk Danke Young money Young money money Young money money Young money Young money Wo sind die, ey hab da aber auf der karte irgendeine, bitte da habe ich hingeschaut da war keiner und das ist ja da etwas ja schon abfakt ist das geld bei fick dich heli weg bevor es explodiert alter ich hab jetzt doch damit bekommen 30 meter entfernung geht ab mit der bombe stirbt er ist schon total spack der war nicht nicht geil jojo ist klar 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 fiktig 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 so macht man es die so macht man es so 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 alter mann was ist das eben wieso hat man zu lak oh ja ja schön gemessert es war dumm da zu spauen glaube ich muss so viele Gegner sein und ich einfach nichts so 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 ist klar wieso sind die mich eigentlich immer die kommen dann perfekt immer um die Ecke und dann ziehen sie mich und dann knocken sie da in der Ecke und warten nur was das das der mann das kotzt sie da annehmen keiner wieder blieb die keine zum kotzen ist das zum kotzen vor allem für die geilen runden gehabt und jetzt verkackig aufnahmeflug mal wieder aufnahmeflug mal wieder danke dass du mal stimmst bis dich stürbt danke das ist mir der scheiß shotgun alter ganz ehrlich 200 meter entfernt alter nein du kleiner spaß mk 11 joe joh danke dass du stimmst dankeschön mk 11 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 Loi! Ja, Battlefield Hardline werde ich mir natürlich auch holen. Ich habe schon etwas gesagt. Ich bin sehr froh, wenn das rauskommt. Ich feiere das Spiel, manchmal nicht natürlich. Ähm, ich schon. Ich finde das richtig geil. Die erste Beta war schon ziemlich geil. Januar kommt hoffentlich die Beta, die neue Beta. Andere. Doll. Loi! Ei, was ist das für eine Scheiße, man. Das ist einfach richtig scheiße, sowas, ey. Mein Gott, ist das scheiße. Aber wie du überleben bist, äh... Überwertet, oder, Leute? Überbewertet. Was? Ey, ich spawn bin tot, ey. Was für nicht. Abkacke. Ja, geil, ey. Ja, geil. Mann. Mann. Was ist das für eine Scheiße, Alter. Was ist das für eine Scheiße, Mann. Warum muss denn der kommen, dieser Scheiß-Sniper, Alter. Ich hasse diese Wichser, ey. Und auch in dem Mode, wo es überhaupt nichts bringt, Alter. Nichts. Was? Ich will Rush als Angreifer. Sniper, ey. Dümmste, was man machen könnte, ey. Klar, man kann snipen, aber es gibt... ...die Deathmatch, es gibt Eroberungen, ey. Oder Rush-Verteidigung, Alter. Da kann man snipen. Ja, aber nicht als für Angreifer, ey. Ganz ehrlich. Oh, Mann. Hasse ich, ey. Hasse ich. Mund. So viele Leute. Ja, okay, es gibt schon noch Pros, die halt übelst gut snipen und halt fast alle weghauen. Ja, ich freue mich auf Bellyfield Online, ich werde es mir auf jeden Fall holen. Vielleicht nicht im Release, vielleicht schon. Ich bin mir noch überlegen, wo ich im Release kaufe. Warten wir auf die Beta ab. Und ich sage dann, wir sehen uns nicht mal so eine weitere Folge gefunden. Bellyfield 4, Wurmtöver, BadPlanetSight oder auch irgendwas anderes. Und ich sage dann, bis denn und ciao. Zellen, wir würden eure raz requestedcovery, wie ich ihn nun trolle, weil sie immer der RXima im Außen- Driver oder Comedy . Wie ein großer DO殿 ist es, dass die Delta ist ein Oktober,